Du, Opa, warum bist du eigentlich beim UniTV? Objektiv, die sind was ganz Besonderes. Warum? Tja, das habe ich dir vom UniTV damals auch gefragt. Und weißt du, was sie mir gesagt haben? Nuh-uh. Das musst du jetzt selbst herausfinden. Objektiv UniTV Landau. Die machen tolle Filme und super Interviews. Als ich Mitglied beim UniTV Landau wurde, da wüsste ich, ich bin etwas ganz Besonderes. Genau wie du. Du auch, Opa. Objektiv UniTV Landau. Weil du etwas ganz Besonderes bist.